Er ist ein Sattel. Sattel? Wieso baut hier keiner? Kannst du auch bauen, oder? So. Arbeite! Diese faulen Paars. Was schaffst du allein? Achso, gedrückt halten. Was kriegen wir diesmal? Ein Alpaka! Da haben wir da ein Alpaka. So, wir haben jetzt ein Weibchen und ein Männchen. Uh! Paars verstärken. Opfere Livmuk-Statuetten, um deinen Fanggeschick zu erhöhen. Preisverstärkung. Okay, Angriff. Erhöhen. Erhöhen. Okay. Kleine Pase. Das ist schon ein kleiner Pase. Opfere sie an der Statue, um ihre verborgenen Polizei. Okay. Achso, ich hatte schon. Gut, dann nehmen wir das. Das. Wandfackel. Antikes Aufbewahrung-Set. Ja, warum nicht? Antikes Aufbewahrung-Set. Dann. Antikes Aufbewahrung-Set. Ich brauche Nägel. Ich brauche Nägel. Macht mir mal Nägel. Naher. Ich brauche, ich brauche das. Ich brauche, ich brauche das zu. Noch mehr Nägel. Okay. Dann nehmen wir das. Kann man da wirklich? Natürlich ist die Wand zu niedrig. Ja, dann bauen wir es eben nicht. Hallo? Dankeschön. Dann warten wir, bis die Nägel fertig sind, um die Paars-Ferrenwerkbank zu machen. So. Und ich mache schnell den Sattel fertig. So. Sattel haben wir. Wir haben noch kein Ei reingelegt, gell? Wir haben auch kein Ei im Nüter. So. So, ein normales Ei dauert eine Minute vierzig. Das ist zwei Minuten dreißig. Ich müsste mal auf Eiersuche gehen. So. So, mache ich jetzt mal Ei. Und Max. Cool, zwei Nägel hat er schon. Vielleicht macht er jetzt mal fertig. Also sechs Nägel brauchen wir mindestens noch. Dann nehmen wir mal ein Mal. Das war's für heute. So, dann, das wäre ein Bergpark. Ich muss mir echt mal eine richtige, schöne Base bauen. Ich habe das Bett hier draußen eigentlich für den Hirsch gemacht, weil er irgendwie nicht reinkommt durch die Tür, aber irgendwie schläft er eh, wo der will. Aber wir machen das mal hier hinten hin. Kommt mal ran hier, damit es schneller geht. Ja, so ist gut. Mach ich auf noch? So. Perfekt. Palladium Bruchstück mit halbarem Holz und Stein. Ja, gut. Wir machen mal erst mal 25. So. Dann können wir arbeiten. So. Und was ist drin? Dumut. Wir haben ein Dumut. Ein dickes Fett ist Dumut. Oha, sogar ein Gegenstück. Äh. Äh. Cool. Ich muss mal hier ein bisschen aufräumen. so. Alkaoholik verfressen. Oh. Hm. 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 Noch ein Eichhorn. Kleiner Elefant. Ich glaube, die wichtigen setze ich mal hier vorne hin. Schicken. Hmm. Chicken kann. Naja. Was bräuchte ich noch? Ich hab nur ein Wasser gerade, gell? Dann nehm ich mal die Chicken raus. Wo hab ich die denn jetzt hingemacht hab? So. Wasser. Wasser. Hm. Ich will so ein Fett nennen. So. Und der, der kann sich dann nur ums, äh, ums Gießen kümmern. Die Schafe lass ich mal da vorne. So. Ich glaub ich lass die auch mal hier. Dann haben wir hier ein bisschen Ordnung reingebracht. So. So. Dann. Achso. Verbessern. Äh. Verbessern. Cool. Baue Kochtopf. Weizenfeld. Mühle. Äh. So. Jetzt können wir nämlich einen neuen Arbeiter. Der gibt nur Wolle. Das wär eigentlich nicht schlecht. Dann mach ich das Schaf mal weg. Wolle Wolle. noch einer für Holz. Der kann nur anbauen. Dann haben wir einen. Dann haben wir ein paar die wässern. Ernten. Er kann ernten. Brauchen wir noch eine Erntehelfung? Was machen die? Der kann ernten. Der kann aussehen. Ich nehm den da. Damit er nur Stein macht. Oha. Cool. Das ist cool. Oh Gott, du bist so niedlich. Wie kann man nur schon niedlich sein? Was ist los? Wieso siehst du so? Achso! Hast du gerade Wolle aus deinem Arsch gepresst? Und nochmal. Ja, das ist ja cool. Das ist echt cool. Wow. Ach, wie süß ist denn der? Das ist cool. Der baut nur ab. Erhalten. Erhalten. Und dafür habe ich die Kiste hier gebaut. Fünf. Also, klappt doch. So, jetzt wird es wieder hell. Und jetzt probieren wir mal Chillit aus. Chillit! Jetzt geht's mal. So, ein thing IS, forget's it. So, jetzt ist es Dshevik. So, ich weiß jetzt. Cool. Ich will halt ein bisschen leveln. Oh, ein Sprint. Cool. Bären einsam und einfach mehr XP als zu kämpfen. Ups, jetzt habe ich zu viel F gedrückt. Den will ich lieber noch nicht. So, ich wollte ja auch ein bisschen erkunden, weil... ...wenn wir dann ein paar Eier finden können eigentlich. So, ich mache mir einen Wegpunkt... ...hier so hin. Wie ging das nochmal? E. Ja. Da. Ich habe Hunger. Und habe nichts zu essen dabei. Außer... ...sind Ruhe Sachen wirklich gut? Oh Gott. Ich bin nicht so sicher. Wieso sieht das aus, als ob er... ...schwimmt nicht richtig, ne? Aber Chillit ist schon süß. Obwohl ich meinen Hundi auch liebe. Hundi! Ja. Ja. Oh. 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 Ah. Da ist irgendwas. Es wirkt schon ein bisschen komisch, wenn man... ...so auf dem Wasser... ...rennt. So. Geil ich die Küsse so aufnehmen? Jawoll. Kleine Pallseele. So. Oh. Ein Ei. Das ist saftig grünes Ei. Respawn? Eier eigentlich? Das wäre eigentlich mal... ...cool zu wissen. Oh. 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 Ein saftig grünes Ei. Etwas Lebhaftes regt sich darin. Liege es zum Ausblüten in einem Brutkasten. So. Die musst du so futtern.